Einen wunderschönen guten Tag, liebe Seele! Lass gerne deinen Like, Kommentar und auch dein Abo da. So kann ich wachsen und ich freue mich darüber, dank deiner Hilfe. Und genau deswegen lege ich direkt los. So, liebe Seele, da sind wir mit dem heutigen Tagesorakel. Und weißt du, was schön ist? Wenn du ein Jahr lang dein persönliches Tagesorakel vom Montag bis Freitag, außer an Feiertagen und am Wochenende eben persönlich per WhatsApp-Nachricht jeden Morgen bis um 7, 8 Uhr haben möchtest, dann bekommst du eine schöne WhatsApp-Nachricht mit einem schönen Blatt und das kannst du hier oben buchen. Ein Jahr lang für 149 Euro. Das ist geschenkt. Die Nachfrage gestern war schon groß. Deswegen nutzt deine Chance und hol es dir im Shop. Es geht los mit Erzengel Michael. Ich bin bei dir und gebe dir Mut, die Lebensveränderungen durchzuführen, die du zur Erfüllung deiner göttlichen Lebensaufgabe brauchst. Das ist schön zu sehen. Du gehst heute also in die Handlung gegen deine Blockaden. Das heißt, du probierst heute für dich selbst in deine Stärke zu kommen, hier dann auch natürlich den Mangel so ein bisschen aus deinem Finanzfeld zu drücken. Und das Schöne ist, du wirst heute auch Post bekommen, die dich wirklich ein bisschen durcheinander bringen wird. Einerseits bist du sehr, sehr erfreut darüber, andererseits bist du auch ein bisschen misstrauisch. Es geht hier um Zugewinn oder eben eine Rückerstattung. Es kann auch eine Versicherung sein, die eine Prämie auszahlt, ganz egal. Du gehst dort mit Vorsicht an die Sache. Das Schöne aber ist, du merkst, dass heute solche Dinge häufiger passieren. Also, dass irgendwas auf einmal zu dir kommt und dir entweder in der Situation hilft oder dich bereichert. Und bereichern an Emotionen, an Materialismus, ganz egal wie, bereichern kann ja auf jeder Ebene stattfinden. Und das ist schön, weil du somit deine Stärke für dich kompensieren kannst, um an deinem, man möchte schon sagen, Mangel-Emotionalfeld ein bisschen arbeiten kannst. Das Schöne daran ist, Michael ist bei dir, Erzengel Michael, und gibt dir hier ein bisschen auch die Hand, dass du da wirklich durchkommst. Die Lebensaufgabe, die daraus entsteht, ist natürlich, dass du merkst, du hast dich ein bisschen verschlossen für deine eigenen Träume, aber du merkst auch, wie viel Potenzial du jetzt aufgebaut hast, um sie zu verwirklichen. Und das ist auch so ein bisschen deine Lebensaufgabe, den Menschen das zu zeigen, dass sie ihr Potenzial haben und das dann auch verwirklichen können. Ja, so wie ich das auch mache als Coach zum Beispiel. Dann haben wir die Pappel. Gemeinsam geht es leichter. Ich empfange heilendes Wissen aus dem Netzwerk der Natur und gebe es weiter. Und genau so ist es. Ja, das ist so die Lebensaufgabe, dass du verstehst, dass alles so ein bisschen miteinander verbunden ist, dass alleine nichts funktionieren kann auf Dauer, weil irgendwann Wachstum fehlt. Ja, und deswegen gehst du hier in deine Art der Weisheit. Ja, und deine Weisheit wird heute geziert von der Natur, weil du dir irgendwie aus dem Bauch heraus auch ein bisschen mehr Zeit nimmst, für dich mal durchzuatmen. Vielleicht machst du einen kleinen Spaziergang oder gehst spontan mal an den Fluss. Oder ganz egal wie, du wirst merken, du willst oder sehnst dich nach Luft und Raum. Und das Schöne daran ist, was du dabei verwirklichst, ist eine Blockade, dass du eingeengt wirst, dass dein Leben so ein bisschen vorbestimmt ist. Ja, da hast du ab und zu in den letzten Tagen sehr drüber nachgedacht. Ist das das Leben, was ich will oder lebe ich hier gerade etwas, was ich vorgesetzt bekomme? Das Schöne ist, natürlich hast du so einen Faktor, das kriegst du vorgesetzt, aber du hast auch einen Großteil, den du dir selbst erfüllt hast. Heute wird dir nochmal klar, was genau das ist und was eben eher aufgesetzt wurde. Wichtig hierbei ist für dich zu verstehen, dass der Flow, also dein Fluss der Handlungen, der Taten nur weiter funktionieren kann, wenn du verstehst, dass es nicht eine Blockade war, sondern ein Lernthema. Und dieses Lernthema heißt Selbstbestimmung und das hast du heute eigentlich gut abgeschlossen. Bethany, wenn du gut für dich sorgst, nützt das allen. Dann gönne dir heute etwas Entspannendes, wie eine Massage oder ein Meersalzbad. Hollna, die Waldfee, hier geht es gleich in den Wellnessbereich, aber natürlich geht es hier auch in die Natur eventuell. Ja, also gönne dir etwas, was dich entspannt. Vielleicht ist es auch der DVD-Abend, den du genießen kannst, weil du a. Filme liebst und b. zu wenig Zeit in letzter Zeit dafür hattest. Ganz egal, was dich entspannt, nimm dir Zeit dafür. Ja, natürlich wird der Ruf der Natur immer noch da sein und das wird dich auch entspannen, aber vielleicht ist es einfach noch mehr. Vielleicht steckt da einfach mehr dahinter, dass du dir nicht nur die Auszeit gönnst, sondern einfach auch mal diesen Wohlfühlfaktor für dich wieder breitschlägst, dass du sagst, hey, das ist Wellness für mich und meine Seele, weil hier bin ich ich. Und das ist der Faktor. Da bist du, du, authentisch, integrär. Du bist einfach so, wie du bist und musst dich nicht verstellen. Die Frage ist nur, warum musst du es denn überhaupt in der Gesellschaft? Musst du nicht. Aber um das zu lernen, braucht man natürlich immer wieder auch mehr Stärke, mehr Selbstbewusstsein und genau daran arbeitest du heute. Ja, da ist diese Botschaft, die dich finanziell stärkt oder die kleinen Impulse, die dich bereichern heute, sind natürlich dafür dann auch da, dich dabei zu unterstützen. Und das zeigt dir Bethany auch, mit deiner Auszeit für dich selbst kannst du deiner Lebensaufgabe noch viel besser nachgehen, wenn du in der vollen Kraft bist. Sehr schön. Oh, das reimt sich so, ja, das ist sehr, sehr schön. Daran könnte ich mich gerade gewöhnen. Aber hier muss man wirklich sagen, du wirst merken, klar gibt es den ein oder anderen Stolperstein auch heute. In der Lernthematik ist ja auch immer so ein bisschen die Forderung auch da. Ja, aber du machst weiter. Du hast heute einfach den Willen, du hast den Elan einfach weiterzumachen, weil du hast ein Ziel, nämlich dein persönliches Wellnessbad. Ja, du kannst gerne auch zu mir kommen dafür. Das war ein Spaß natürlich. Aber hier liegt einfach der Wille, der Mut und auch die Geduld. Die Geduld, dass Erfolg nicht immer sofort da sein kann. Dass alles seinen Prozess hat, Zeit relativ ist. Und manchmal geht es einfach schneller und manchmal dauert es länger. Das Schöne daran ist, du musst ja in der Zeit, wo es länger dauert, nicht warten, sondern du kannst deine anderen Baustellen abarbeiten. Heute aber wirst du merken, du machst einfach weiter. Du ziehst voll durch. Und das ist etwas Neues. Vor allem die letzten drei Monate war das nicht so. Jetzt aber, man sieht es hier, ist diese drei Monate, dieses Quartalsfluch ist jetzt vorbei und kann weitergehen. Und Erzengel Raphael auch noch da. Ich helfe dir, körperliche Herausforderungen und Schwierigkeiten bei dir selbst und anderen zu heilen. Du bist ein Heiler wie ich. Ja, da sind wir nochmal in der Lebensaufgabe als Heiler durch die Welt. So wie es mir gefällt. Aber vor allem Menschen helfen. Das ist meine Aufgabe. Und deine wird es auch sein. Nein, weil jeder hat sein Potenzial dafür. Du wirst aber gerade bei diesen Stolpersteinen eben weitermachen, weil auch Erzengel Raphael bei dir ist. Er gibt dir so diesen nötigen Push nochmal richtig durchzustarten und hier komplett in deiner Stärke und in deiner Handlungsfähigkeit anzukommen. Ja, und da haben wir noch den Faulbaum. Handele kraftvoll in Liebe. Ich herwecke Friedenskraft und wirke für eine harmonische Gemeinschaft. Das ist doch mal genial. Gestern, wahrscheinlich gab es ein Donnerwetter. Heute ist die Versöhnung geplant. Und nicht nur geplant, sondern auch im Gange. Das kann auch sein, dass du gestern sehr, sehr selbstkritisch warst und dir dafür heute selbst verzeihst. Aber es ist gar nicht wichtig, was das Ganze war. Für dich muss einfach nur klar sein, dass du persönlich jetzt in Liebe handeln wirst. Und das, weil du auch mehr Liebe zu dir selbst hast. Ein wundervoller Tag also. Wenn du deiner Lebensaufgabe nachgehen möchtest, aber keine Lust hast auf Selbstständigkeit, kannst du zu mir in die Ausbildung kommen. Die beginnt im Oktober. Und nach der Ausbildung wirst du 100% bei mir übernommen und kannst somit als Coach oder Beraterin, Berater arbeiten. Ohne Angst haben zu müssen, dass keine Kunden mehr kommen. Damit stehe ich mit meinem Namen. Denn offizieller Sponsor von Darmstadt 98 für diese Saison. Ich bin sehr, sehr stolz drauf. Mach es gut. Bye, bye.